Kleine Warnung und Entschuldigung, bevor es losgeht. Ich war bei den Aufnahmen vor drei Tagen ziemlich erkältet und das hört man leider auch, vor allem die Heiserkeit. Ich hoffe, es ist trotzdem noch erträglich und ihr steckt euch nicht an. Tag allerseits! Tag! Tag! Tag allerseits und herzlich willkommen zu Schnipsefunk Nummer 9. Wenn wir in einem Paralleluniversum leben würden, in dem alles ganz genauso ist wie in diesem, nur dass die Menschen an jeder Hand 4,5 Finger haben, weshalb sie ein auf der 9 basierendes Zahlensystem bevorzugen, dann wäre das jetzt schon das erste Jubiläum, die erste zweistellige Schnipselfunk-Ausgabe, Jubel, Trubel, Heiterkeit, Konfetti, Sekt und ein Grußwort aus dem Vatikan, das ganze Programm. Aber hier im Zehnfinger-Universum ist alles ruhig und wir können die ganze Angelegenheit in aller Ruhe über die Bühne bringen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle gleich mal für die Verspätung. Anfang Oktober sollte diese Ausgabe kommen, jetzt ist es, naja, mit gutem Willen kann man es noch Mitte Oktober nennen. Sorry vor allem an Willi, der diese Folge gerne im Urlaub in Dänemark gehört hätte, jetzt aber wahrscheinlich schon wieder zu Hause ist. Aber bestimmt gab es ja andere schöne Dinge im Urlaub zu hören. Dänen zum Beispiel oder Meeresrauschen oder die Olsenband-Titelmusik auf Endlosschleife, was weiß ich. Herzlichen Dank gleich zu Anfang an alle, die den Schnipselfunk mit einer kleineren oder größeren Spende unterstützt haben. Ich möchte die Namen der Menschen, die etwas gespendet haben, hier nicht nennen, aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem mit einem kleinen Gruß auf anderem Wege. Danke auch an alle, die den Podcast geliked, geteilt oder kommentiert haben. Am Schluss, vor der Zugabe, werde ich wahrscheinlich noch etwas zu diesem Thema sagen und um Unterstützung und Feedback bitten, aber jetzt muss es ja erstmal mit dem eigentlichen Podcast losgehen. Ich mache nachher ein bisschen weiter mit meiner kleinen Serie über Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz und natürliche Dummheit ist der Titel, aber der ist ein bisschen irreführend, weil ich da eigentlich gar nicht über natürliche Dummheit spreche und als Laie auf dem Gebiet sowieso nur hoffen kann, dass meine Ausführungen zu dem Thema nicht selbst unter diese Überschrift fallen. Ich habe das Thema jetzt nicht in den Podcast-Untertitel aufgenommen, weil das heute erstens relativ kurz ausfällt und ich sehr viel anderes erzählen werde und in Zukunft sowieso in kürzeren Abschnitten darüber sprechen möchte, statt ganze Special-Folgen zu machen. Es wird also eher so eine Art Rubrik. Apropos Rubrik, die Rubrik Klappglück, in der ich über Dinge, die glücklich machen, berichte, fällt diesmal aus, weil ich mich in diesem Monat vor allem über Dinge geärgert habe, vor allem über Laptops und Tablets der Firma Lenovo, kauft niemals Computer von Firmen, die wie Weichspülmittel heißen. Die Rubrik Dummheit des Monats muss leider auch ausfallen, weil ich einfach nichts Dummes gemacht habe. Es gibt auch keine böse Frau des Monats, dafür aber eine brandneue Rubrik, nämlich das Geräusch des Monats. Achtung, hier kommt es. Das ist die Brotschneidemaschine im Lidl auf der Wispierstraße. Eine weitere neue Rubrik ist die Story des Monats, in der ich heute die traurige Geschichte des berühmtesten Spatzen der Niederlande erzähle. Ich werde überhaupt jedes Mal ein paar neue Rubriken aufstellen, bis ich irgendwann so viele Rubriken habe, dass ich auch jedes Mal zu einer davon irgendwas machen kann. Ganz am Ende gibt es natürlich auch wieder eine Zugabe, aber jetzt, ganz zu Anfang, erzähle ich ein bisschen aus meinem Leben. Da müssen wir alle durch, ich sogar in zweierlei Hinsicht, nämlich durch mein Leben und durch die gleich folgende Erzählung desselben. Ich war im Urlaub, ganz alleine, ohne Frau und Kind, Männerurlaub. Eigentlich wollte ich zum Holzhacken nach Sibirien, aber da ich insgesamt nur anderthalb Tage Zeit hatte, hätte sich das nicht so richtig gelohnt mit der ganzen An- und Abreise und darum bin ich für eine Nacht an den Liebnitzsee gefahren. In ein Hotel, nicht wie früher, mit Schlafsack und Lagerfeuer. Der Liebnitzsee ist ein See in der Nähe von Berlin, erfreulich unüberlaufen, vor allem natürlich jetzt außerhalb der Saison. Das ist, ja, einer meiner absoluten Lieblingsorte. Wenn man mich fragen würde, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, würde ich sagen, den Liebnitzsee. Und vielleicht noch die Elbauen bei Dessau. Und einen DSL-Anschluss. Und einen guten Supermarkt. Wenn ich es mir aussuchen darf, gerne einen Albert Heijn aus den Niederlanden oder einen Migros aus der Schweiz. Und alle Menschen, die ich sehr gern habe, würde ich auch noch mitnehmen. Und vielleicht noch ein oder zwei, die ich doof finde, die wir dann alle zusammen ärgern können. Wir fahren oft auch als Familie an den Liebnitzsee. Auch schön. Aber jetzt mal wieder ganz alleine, das war schon was Besonderes. Zeit, die ich ganz für mich alleine verbringe, ohne dass ich etwas tun muss, ohne dass ich zu einem Auftritt fahre, ohne dass ich sofort den Laptop aufklappe und arbeite, weil die Ruhe gleich wieder vorbei sein kann. Früher hatte ich davon sehr, sehr viel. Ich war viel Single in meinem Leben und selbst wenn ich in einer Beziehung war, habe ich immer sehr darauf geachtet, viel Zeit für mich allein zu haben. Ich dachte, ich brauche das. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht so ein Eremit, wie ich mir immer eingeredet habe. Oder vielleicht bin ich es nicht mehr. Vielleicht war das auch eine Entschuldigung mir selbst gegenüber. Vielleicht hatte das Alleinsein auch mit Bequemlichkeit zu tun, weil es natürlich einfacher ist, wenn man sich nur mit sich selbst beschäftigen und nur auf sich selbst Rücksicht nehmen muss und eigentlich nicht einmal das. Das Alleinsein fehlt mir normalerweise überhaupt nicht. Aber ab und zu, da ist es dann doch mal richtig schön und etwas Besonderes. So wie letzte Woche. Und die Sonne hat geschienen und die Bäume waren bunt. Es war still und man hat nichts gehört, außer dem Plätschern, wenn ein Fisch sprang, dem Rufen einer Ente, dem Hämmern eines Spechtes und der Autobahn, die in drei Kilometer Entfernung am See vorbeiführt und dem Plonk oder Platsch der vom Baum fallenden Eicheln. Wie viele Eicheln hängen eigentlich an so einem Baum? Das müssen Tausende sein. Ich will die genaue Zahl gar nicht wissen, aber ich habe mir überlegt, dass ich, wenn ich mir für jede Eichel an einer großen Eiche am Liebnitzsee etwas wünschen könnte und ich würde mir für jede Eichel vier Millionen Euro wünschen, dass ich dann ziemlich reich werden würde. Vielleicht würde ich dann sogar noch eine Eichel für den Weltfrieden spendieren. Ich habe Freitag den ganzen Tag am See verbracht und bin dann nachts auch nochmal hingefahren mit dem Fahrrad vom Hotel aus durch den Wald. Nächtliche Fahrradtouren sind sowieso eine unglaublich schöne Sache. Und dann saß ich da am Ufer und hatte ein Weinchen mit und guckte mir die Sterne an. Und zwar im Wasser. So dunkel war es, obwohl es so dicht bei Berlin ist und so still lag der See, dass man die Sterne genauso gut in der Spiegelung anschauen konnte. Ich habe also auf die Sterne hinabgeschaut. Ach ja, das war schön. Ich habe dort sogar ein ganz klein bisschen was für den Schnipselfunk gemacht, tagsüber. Es gibt ja neben der normalen Podcast MP3 Version auch den Schnipselfunk bei YouTube, wo man sich auch Sachen anschauen kann nebenher. Ich weise da normalerweise nicht extra drauf hin, weil der Podcast vor allem zum Hören da ist und niemand denken soll, er würde was verpassen, wenn er nicht auch das Video sieht. Es gibt drei Folgen, wo es vielleicht sinnvoll ist, in die YouTube-Version reinzuschauen, auch wenn man den Podcast schon gehört hat. Das sind die Folgen 1 und 2, weil ich da viele Fotos von Neuseeland zeige und die Folge 4, wo ich meine Erklärung zu neuronalen Netzwerken mit kleinen Animationen unterstütze. Bei den anderen Schnipselfunken gibt es neben einer Anmoderation aus Norberts Kneipe eigentlich nur unscharfe Videos von unspektakulären Dingen zu sehen. Die Sonne, die durch die Blätter eines Baumes scheint, Menschen auf Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof, Enten, Menschen auf der Schönhauser Allee, Bienen auf einer Blüte etc. Die Filme mache ich mit einer Vollformatkamera, an die ich mit einem Adapter ein altes Pentax-Objektiv aus den 80er Jahren angeschraubt habe. 50 mm, 1,4er Blende. Und ja, ich stelle dann normalerweise entweder alles komplett unscharf, sodass das Ganze nur ein schönes Farbspiel wird, oder ich stelle ein Detail im Vordergrund scharf und der Rest verschwimmt in wunderbarer Unschärfe und dann filme ich mit 50 Bildern pro Sekunde und lasse es mit 25 ablaufen und so kommen sehr entspannende, unaufregende, aber schöne Hintergrundvideos für den Podcast zustande. So ein bisschen bewegte Stillleben. Inzwischen ist das Suchen von Motiven dafür ja auch eine Sache geworden, die ihren ganz eigenen Reiz für mich hat. Ich habe keine Ahnung, ob sich das irgendjemand anschaut oder ob die YouTube-Schnipsefunk-Hörerinnen beziehungsweise Hörer das Videofenster minimieren und auch nur zuhören. Vielleicht kann da mal jemand Bescheid sagen, aber egal, auch wenn es niemand guckt. Ich schätze, ich würde trotzdem weitermachen. Ich bringe es nicht übers Herz, da einfach bloß das unbewegte Titelbild der Episode reinzustellen. Wie auch immer, dieses Mal habe ich diese Videos jedenfalls am Liebnitzsee aufgenommen und wer wissen will, wie es da aussieht, kann ja mal reinschauen. Wobei er hinterher auch nicht viel schlauer sein wird, weil ich da, wie gesagt, sehr stark mit Unschärfe arbeite. Aber schön ist es trotzdem. Vom Liebnitzsee bin ich dann direkt nach Hamburg gefahren. Zu meinem letzten Auftritt außerhalb Berlins vor der zweiten Babypause habe ich im letzten Schnipselfunk schon erzählt, dass ich nochmal Vater werde. Glaub schon. In Hamburg gab es ein Best-of-Poetry-Slam in den Leitzhallen oder in der Leitzhalle. Keine Ahnung. Das war schön. Meine Güte, wie viele tolle Theater- und Konzertsäle haben die in Hamburg eigentlich? Und wie viele Poetry-Slams? Die Leitzhallen oder die Leitzhalle gehören oder gehört irgendwie zur Elbphilharmonie. Und sogar in der Elbphilharmonie im Großen Saal dort gab es schon Poetry-Slams. Da war ich leider nicht dabei. Aber jetzt, der Auftritt in den Leitzhallen, das war auch ein tolles Ding. Und ein sehr schöner Tourabschluss. Ich bin ins Finale gekommen und konnte darum zweimal zehn Minuten vorlesen. Das hat für vier Geschichten gereicht. Und ich habe mir einfach ausgesucht, wozu ich am meisten Lust hatte. Und das war toll. Und gewonnen habe ich auch noch. Na, das war eine feine Sache. Im letzten Monat war ich nochmal richtig viel unterwegs und zum Teil, oder ja, fast ausschließlich an sehr, sehr schönen Orten. Leider war ich an den meisten dieser Orte nur sehr kurz. Oft nur zum was vorlesen, kurz gucken, Bier trinken, schlafen und wieder wegfahren. Dafür habe ich sehr viel Zeit in Zügen verbracht. Sehr viel. Sogar für meine Verhältnisse. Vorletzte Woche, als ich mit den Notizen hierfür angefangen habe, saß ich gerade auch im Zug. Und zwar für achteinhalb Stunden von Ravensburg nach Berlin. Tags zuvor waren es neun Stunden von Berlin nach Ravensburg gewesen. Noch eine Woche vorher waren es fast zehn Stunden von Ustinat Labem nach Usedom. Wobei ich vorher noch anderthalb Stunden in einem Auto saß, das mich aus einem kleinen tschechischen Bergdorf irgendwo in der Gegend von Carlo Vivari nach Ustinat Labem brachte. Das war eine spannende Aktion. Um sieben sind wir in dem Dorf losgefahren. Ich muss dazu sagen, dass ich dort nicht zum Vorlesen war, sondern aufgrund einer zweitägigen Familienfeier. Ich weiß nicht genau, warum dort in den Bergen gefeiert wurde und nicht beispielsweise in Sachsen-Anhalt, wo dieser Zweig der Familie größtenteils zu Hause ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass beim letzten derartigen Event vor fünf Jahren schon am ersten Abend relativ früh der Becherowka im Hotel alle war. Ein Ereignis, das als die große Becherowka-Krise von 2013 in die Familiengeschichte eingegangen ist. Und da sollte wohl diesmal etwas näher an der Quelle gefeiert werden. Und so bin ich Freitagmorgen von Leipzig, wo ich am Donnerstag zusammen mit meinem Teamkollegen Micha Ebeling einen Auftritt hatte, nach Bitterfeld gefahren, wo mich mein kleiner Bruder abgeholt hat. Ich habe zwei kleine Brüder. Einer davon ist deutlich größer als ich, aber das nur am Rande. Und dann sind wir von Bitterfeld mit einigen Umwegen, die mit gewissen Unstimmigkeiten zu tun haben, die daraus resultierten, dass wir drei verschiedene Navigationsgeräte gleichzeitig im Einsatz hatten. Nochmal fünf Stunden Auto gefahren in das kleine Bergdorf. Ist das eigentlich ein böhmisches Dorf? Ist das Böhmen? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Habe ich keine Lust, aber böhmisches Dorf klingt gut. Dort wurde dann gefeiert und am nächsten Tag sind mein kleiner Bruder und ich sehr früh und ich auch nicht ganz unverkatert von diesem böhmischen Dorf nach Ustinat Labem gefahren, wo zu meinem Entsetzen die ganze Innenstadt gesperrt war, weil dort später ein Marathon stattfinden sollte. Und ja, mein Bruder warf mich dann irgendwo so dicht wie möglich am Bahnhof ab und ich peste einen riesigen Rollkoffer hinter mir herziehen zum Bahnhof, kam völlig fertig, aber auf die Minute pünktlich dort an. Der Zug leider nicht, der brauchte ein Viertelstündchen länger. Naja, das brachte jedenfalls ein bisschen Schwung in meinen Morgen. Wobei ich vor meinem ersten Kaffee, es hatte im Hotel noch keinen Kaffee gegeben, es war alles ganz, ganz schlimm, gut auf diese kleine Aufregung hätte verzichten können. Aber egal, endlich saß ich im Zug und bin in den schönen tschechischen Speisewagen gegangen und dort gab es ein Kännchen Kaffee und Palatschinken mit Schokolade und ab da war alles gut und ab da waren es auch nur noch knapp zehn Stunden bis Usedom nach Kosero und dort habe ich vorgelesen, was gegessen, ein Bier getrunken, geschlafen und bin am nächsten Morgen ganz früh wieder losgefahren nach Hause. Ich war tatsächlich nicht einmal am Meer, obwohl das nur ein paar Minuten zu Fuß von meinem Hotel entfernt gewesen wäre, aber ich war einfach fertig, ich musste schlafen. Und außerdem, wer weiß, ob das Meer überhaupt da gewesen wäre. Na gut, das ist dort die Ostsee, auf die ich eigentlich verlass, aber eine Woche vorher war ich zusammen mit Micha, meinem Teamkollegen, bei einer Slam-Gala in Cuxhaven und uns war ein Auftritt auf einer Bühne direkt am Strand versprochen worden und während des ganzen Auftritts schwärmte auch immer wieder der eine oder andere davon, wie toll es sei, direkt am Meer aufzutreten, aber die müssen alle ein zu viel getrunken oder geraucht haben, da war nämlich kein Meer und kein Strand, da war weit und breit nur Modder zu sehen und das war ein bisschen wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, nachdem ich diesen Missstand öffentlich auf der Bühne angeprangert hatte, war von Meer keine Rede mehr, stattdessen hieß es auf einmal, das ist kein Modder, das ist Watt, aber ich kenne noch Modder, wenn ich Modder sehe. Na ja, meine Gedanken an diesem Nachmittag waren bei den armen Menschen, die hinten am Horizont die schweren Containerschiffe durch den Matsch schieben mussten. Apropos Meer, meine Tochter Pamela Hannelore, die zum Glück nicht wirklich Pamela Hannelore heißt, nenne ich manchmal die kleine Meerjungfrau, weil sie immer Meer, Meer ruft, wenn man ihr was zu naschen gibt oder wenn man ihr vorliest oder sie in die Luft wirft oder Männchen oder Kühe malt. Manchmal nenne ich sie auch unsere kleine Nähmaschine, weil Näh auch so ein Wort ist, das sie gerne sagt und manchmal auch echt nur um uns zu ärgern, habe ich den Eindruck. Dann kann man sie fragen oder ihr vorschlagen, was man will. Sie antwortet mit Näh, ganz egal, ob sie überhaupt weiß, was man meint und dabei grinst sie ganz verschmitzt. Keine zwei Jahre und kann schon verschmitzt grinsen. Ein Wunderkind, ein Wunderkind. Manchmal, wenn ich sie was frage, irgendwas Sinnvolles, wie wollen wir Windeln wechseln oder wollen wir nach draußen gehen oder so und sie Näh sagt, mache ich dann ein kleines Spiel draus und frage danach noch alles mögliche andere. Wollen wir Gurken jagen? Wollen wir Dinosaurierknochen vergraben? Wollen wir ein Raumschiff entführen? Ich hoffe, sie sagt dann nicht irgendwann plötzlich ja, dann bin ich natürlich in der Bringschuld. Ja, Meerjungfrau und Nähmaschine. Wenn man mich vor ein Sprachgericht stellen würde, hätte es wohl keinen Sinn zu leugnen, dass ich Wortspiele mag. Jedenfalls, Cuxhaven. Vom fehlenden Meer abgesehen, war es sehr schön, so ein Auftritt am Matsch. Danach super gutes Essen und ein schönes Hotel und ein netter Abend mit Henning und Gin Tonic in der Hotelbar. Und in der Woche drauf war ich zusammen mit Michael in Leipzig. Von Leipzig ging es über Bitterfeld nach Tschechien zu einem Familienfest. Ich glaube, ich erwähnte es und von dort nach Usedom, wo ich die Anwesenheit von mir nicht überprüfen konnte, weil ich am nächsten Morgen einem Sonntag ganz früh zu einem Boxenstopp nach Berlin musste, weil es am darauffolgenden Montag gleich wieder losging. Dieses Mal Richtung Chiemgau ist das, glaube ich, nach Wasserburg am Inn. Das liegt so ungefähr auf halber Strecke zwischen München und Salzburg. Dort war ich drei Tage auf der Bretteltour in verschiedenen Orten zwischen dem Inn und dem Chiemsee mit Michael Eiltinger, dem Moderator vom Schlachthof im BR. Das war eine echte ja, Verwöhntour bis auf die Auftritte selber. Die war nicht so schön, also für mich zumindest. Jetzt keine Katastrophen, ich bin nicht mit Mistgabeln von der Bühne gejagt worden, aber naja, irgendwie sind die Publikum und ich nicht so richtig miteinander warm geworden, das war schade. Aber ansonsten war es toll. Ich war drei Nächte in einem sehr schönen Hotel, das nur wenige Schritte vom Ortseingangsschild eines Örtchens namens Elend entfernt war. Da habe ich mich gleich zu Hause gefühlt. Als freischaffender Autor ist man ja da nie weit von entfernt. Noch fünf Minuten weiter war der Inn mit einem sehr, sehr schönen Uferweg und das Wetter war toll. Es war ein Traum, obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich nur einmal einen ungefähr zweieinhalb, dreistündigen Spaziergang gemacht und mich ansonsten in meinem Hotelzimmer bei zugezogenen Vorhängen hinterm Computer vergraben habe. Abends hat mich dann immer Michael abgeholt und wir sind durch traumhafte Landschaften immer so ein Stündchen bis zum nächsten Auftrittsort gezuckelt. Das war toll. Landschaft gucken, nette Gespräche. Das war ausnahmsweise mal eine Tour, von der ich nicht komplett übermüdet und K.O. zurückkam, obwohl die Bahn auf der Rückfahrt noch meinen Zug hat ausfallen lassen, so dass dann von München bis Berlin sozusagen zwei ICEs in einem saßen. Das war nicht so schön. Überhaupt die Bahn, nachdem ich sie immer vehement gegen Aldi Nörgler aus der da fährt man einmal mit der Bahn und prompt haben wir fünf Minuten Verspätung, Fraktion verteidigt habe, hat sie sich in letzter Zeit doch sehr viel Mühe gegeben, mich richtig anzupissen. Nachdem ich aus dem Süden zurück war, ging es gleich nochmal hoch in den Norden, diesmal nach Neustadt, Holstein, zum Kulturgut Hasselburg, wo ein Best of Poetry Slam stattfand. Das war auch ein toller Ort, da bin ich aufgetreten unter dem größten Reetdach Deutschlands oder der Welt oder des Universums. Irgendwas hat dieser Ort auch mit den fünf Fragezeichen zu tun, genau weiß ich aber nicht, was ihre deutsche Produzentin wohnt dort oder Alfred Hitchcock ist da begraben oder was weiß ich. Ich kenne mich nicht aus mit den zwei Fragezeichen, ich weiß nur, dass eins der sieben Fragezeichen Justus Jonas heißt und das weiß ich nur aus einem Text meiner Slam-Kollegin Pauline Füg. Ich wusste nicht mal, dass die Ölf-Fragezeichen in Amerika spielt. Ich nehme an, Nichtwissen und eigentlich auch mein Nichtwissen-Wollen hängt damit zusammen, dass ich im Osten groß geworden bin, ich hatte andere Sachen. Mal sehen, vielleicht komme ich nicht drum rum, das alles nachzuholen, wenn die Tochter beziehungsweise die Töchter, habe ich schon erwähnt, dass ich nochmal Papa werde, ins entsprechende Alter kommen. Apropos Tochter, meine Tochter hat mich neulich Volker genannt, das fand ich vielleicht komisch. Ich will nicht, dass sie mich Volker nennt. Papa soll sie sagen. Macht sie ja zum Glück auch meistens. Ich habe auch lange überlegt, was daran eigentlich schlimm wäre, wenn sie mich Volker nennen würde. Es wäre ja eigentlich auch logisch, alle anderen nennen mich ja auch so. Sie hört das dauernd, kein Wunder, dass sie das auch mal ausprobiert. Zwei Gründe sind mir eingefallen. Der erste sind meine Vorurteile gegenüber Leuten, die sich von ihren Kindern mit Vornamen anreden lassen. Da habe ich so ein 80er Jahre Latzosen-Öko-Klischee vor Augen, das gefällt mir einfach nicht. Der bessere Grund ist, dass ich, wenn alles gut geht, der einzige Mensch in ihrem Leben sein werde, den sie Papa nennt. Volker kann sie zu jedem dahergelaufenen Volker sagen, aber Papa, das ist exklusiv, das finde ich toll. Konsequenterweise müsste ich dann eigentlich auch Tochter zu ihr sagen, beziehungsweise Tochter 1, habe ich erwähnt, dass ich demnächst nochmal Vater werde und ja, es wird noch ein Mädchen. Manchmal sage ich übrigens auch Tochter zu ihr, aber das ist dann nur ein Spaß. Normalerweise nenne ich sie Pamela Hannelore, nur dass ich sie natürlich nicht Pamela Hannelore nenne, weil sie zum Glück nicht Pamela Hannelore heißt. Aber eigentlich habe ich gerade von den 27 Fragezeichen und dem Kulturgut Hasselburg geredet. Das hat nicht nur das größte Reetdach, sondern auch die größte Cembalo-Sammlung Deutschlands, der Welt oder des Universums. Cembalos, falls das jemand jetzt nicht vor Augen oder im Ohr hat, sind Tasteninstrumente, Vorläufer der Klaviere. Ihre große Zeit war der Barock, 17. 18. Jahrhundert. Sie sind oft sehr hübsch, sehen so ein bisschen aus wie kleine Flügel, sind sehr aufwendig mit Barockmalerei verziert und klingen total scheiße. Ich spiele hier mal kurz einen Cembalo-Sound ein. Huch, da habe ich mich vertan. Das ist nochmal die Brotschneidemaschine. Das verwechsel ich dauernd. Hier kommt das Cembalo. Schrecklich und irgendwie digital. Es gibt beim Cembalo keine Anschlagstärke, es gibt nur Ton oder nicht Ton, 0 oder 1. Es gibt, glaube ich, kein klassisches Instrument, das sich so einfach durch einen Sampler ersetzen lässt. Musst du so ein Ding nur einmal durchsamplen und dann kann es eigentlich im Museum verstauben, ist eh eher was fürs Auge und wenn du unbedingt mal was mit Cembalo-Sound machen willst, solltest du dich erstens fragen, warum du eigentlich unbedingt was mit Cembalo-Sound machen willst und wenn du es dann trotzdem noch willst, dann nimmst du einfach das Keyboard und den Sampler. Im Gästehaus stand ein Cembalo rum und ich habe mich mal herangesetzt und wie es so ist, das hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Aber wenn man mich jetzt beispielsweise fragen würde, willst du lieber einen Flügel haben oder einen Cembalo, würde ich auf jeden Fall den Flügel nehmen oder von mir aus auch einen elektrischen Rasenmäher, obwohl ich gar keinen Rasen habe. Gib mir irgendwas, nur kein Cembalo. Vom Kulturgut Hasselburg ging es dann wieder kurz nach Hause und dann wieder zurück in den Süden, tatsächlich vorbei an Wasserburg noch einmal, nach Ravensburg und auf dem Weg dahin musste ich einmal in München umsteigen und mich durchs Oktoberfest bedingte Dirndl- und Lederhosen- Inferno auf dem Münchner Hauptbahnhof kämpfen und dann nochmal in Lindau am Bodensee. Das war herrlich, eigentlich hatte ich nur 5 Minuten Umsteigezeit, aber ich habe einen Bus, Quatsch, einen Zug sausen lassen und in der schönsten Herbstsonne einen Wein an der Uferpromenade getrunken, umsteigen, wo andere Urlaub machen, mein Lebensmotto. Ja, und dann war eigentlich auch fast schon Zeit für den kleinen Ausflug nach Hamburg und heute am 16.10. Wie gesagt, mein letzter Auftritt für dieses Jahr. Jedenfalls sind in den letzten drei Wochen nochmal ordentlich Kilometer zusammengekommen. Berlin, Cuxhaven, Berlin, Leipzig, Bitterfeld, Bömsches Dorf, Usedom, Berlin, Wasserburg, Berlin, Neustadt, Berlin, Ravensburg, Berlin, Liebnitzsee, Hamburg. Tourplanung aus der Hölle, aber wie gesagt, meistens war es sehr schön. Okay, kommen wir zur Rubrik Geschichte der Woche. Die Geschichte der Woche handelt diesmal von Ehrgeiz, Verzweiflung, Hybris, den Abgründen der menschlichen Seele und einem kleinen Spatzen. Sie spielt im Jahr 2005 in den Niederlanden. Meine Freundin hat mir neulich davon erzählt und ich fand sie so schön und so tragisch, dass ich sie gern weitererzählen möchte. Es gab von 1998 bis 2009 in den Niederlanden eine Fernsehsendung namens Domino Day, produziert natürlich von Endemol, in der alljährlich ein neuer Weltrekord im Domino Steine aufbauen und umkippen lassen aufgestellt werden sollte. Erfunden hat den Domino Day der Niederländer Robin Paul Weyers, der bereits in den 80er Jahren eine glühende Begeisterung für umfallende Domino Steine an den Tag legte, die ihn nie wieder losgelassen hat und die ihn schließlich im Jahr 2005 auf die dunkle Seite führen sollte. In diesem Jahr sollte der neue Domino Effekt Weltrekord vielleicht könnte man es so nennen mit 4,3 Millionen Steinen aufgestellt werden und 3,5 Millionen dieser Steine standen bereits als ihr ahnt was jetzt kommt trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ein Spatz in die Halle reinflog. Es dauerte nicht lange dann hatte er ungefähr 23.000 Steine umgeschmissen also wahrscheinlich hatte er nur ein oder zwei umgeschmissen aber naja Domino Effekt eben ich hab versucht mir die Verzweiflung in den Herzen von Robin Paul Weyers der zahlreichen Helfer der Leute von der Produktionsfirma und dem Fernsehsender vorzustellen aber es ist mir nicht gelungen Nacht senkte sich auf ihre Seelen und sie allesamt nette Menschen ihre Kinder lieben und keiner Fliege etwas zu leide tun könnten wurden zu Monstern warfen die Fesseln der Zivilisation ab begruben ihr Gewissen unter 23.000 gefallenen Dominostein und riefen Ari Den Hertoch damals 31 Jahre und niederländischer Schießchampion der den Spatz mit einer 5,5 Millimeter Kugel aus einem Luftgewehr tot schoss ein Aufschrei ging durch die Niederlande und um die Welt selbst CNN und die New York Times berichteten der Tierschutz schaltete sich ein und Ari Den Hertoch erhielt mehr als 1800 Drohbriefe und Beleidigungsmails Der Spatz aber wurde in einer leeren Margarinedose der Marke Bezell aufbewahrt und gelangte schließlich wie und warum auch immer in das Naturhistorische Museum Rotterdam wo man ihn noch heute in der Ausstellung Tote Tiere mit einer Geschichte besichtigen kann neben unter anderem der Traumamöwe der zweiten Kammermaus der wahrscheinlich letzten Filzlaus und einem Opfer von homosexueller Nekrophilie unter Wildenten Wenn ihr mal nach Rotterdam kommt lasst euch das nicht entgehen Der Spatz ist sehr schön präpariert worden Der linke Flügel allerdings fehlt den hat ihm Ari Den Hertoch abgeschossen Dafür sind aber die Original Margarinedose und ein Dominostein ebenfalls zu besichtigen Wenn es gerecht zuginge in der Welt hätte der Schuss auf den Spatzen alle Steine auf einmal umfallen lassen aber es geht nicht gerecht zu die 23.000 gefallenen Steine wurden wieder aufgestellt und ein paar Tage später konnte die Sendung aufgezeichnet und ein neuer Weltrekord eingestellt werden Spatz heißt im niederländischen übrigens Müs geschrieben M-U-S und dieser spezielle Spatz ist in den Niederlanden als Domino Müs bekannt aber ich finde Dominomus klingt auch ziemlich cool womit dann auch der seltsame Episodentitel erklärt wäre Jetzt aber ein paar Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz oder eher ein paar Fragen auf die ich selbst noch keine Antwort gefunden habe letztes Jahr erschien ein ziemlich bemerkenswertes Paper der Rüttgers Uni ich bin noch im niederländisch Modus der Rüttgers Uni das ist die größte Uni im US Staat New Jersey die Forscher dort haben ein auf maschinellem Lernen basierendes KI System geschaffen das abstrakte Malerei erzeugen kann wie es das macht dazu erzähle ich später vielleicht noch etwas dass Computer Kunst erzeugen oder besser gesagt kunstähnliche Dinge von Bildern über Musik bis hin zu absurden Gedichten das ist eigentlich ein alter Hut aber bis vor kurzem basierten alle diese Systeme darauf dass man dem Computer Regeln vorgab nachdem dieser dann unter Zuhilfenahme von ein paar Zufallswerten starre und letztlich vorhersehbare Pseudokunstwerke erzeugte bei diesem Experiment war das anders der Computer hat keine Regeln von den Menschen vorgegeben bekommen sondern hat sie sich selber beigebracht extrahiert gelernt wie auch immer man es nennen will die Forscher haben einen Test gemacht sie haben ihre computer generierten Bilder mit Werken berühmter abstrakter Maler gemischt und mit Werken die auf der Art Basel 2016 also einer sehr renommierten internationalen Kunstausstellung ausgestellt waren dann wurden diese Bilder Testpersonen gezeigt und die Testpersonen sollten zu jedem Bild sagen wie es ihnen gefällt und ob sie glauben dass es ein Mensch gemalt oder ein Computer erzeugt hat ja und es stellte sich raus dass die Testpersonen die computer generierten Bilder im Schnitt deutlich besser bewertet haben als die Mensch gemachten aber was eigentlich noch interessanter ist sie lagen sehr oft falsch wenn sie die Frage beantworten sollten ob das Bild von einem Computer oder von einem Menschen stammt die Kunstwerke von der Art Basel wurden in 52 Prozent der Fälle für Computer Bilder gehalten das ist ein Ergebnis wie man es bei reinem Raten erwarten würde die Menschen konnten also einfach nicht entscheiden wer der Urheber der Werke war Mensch oder Maschine in einem anderen Artikel stand sogar dass die Testpersonen 58 Prozent der Bilder von der Art Basel fälschlich auf eine Herkunft aus dem Computer geschlossen haben anders gesagt die Bilder aus dem Rechner wirkten genauso menschlich wie alles was die Künstler der Art Basel fabriziert haben oder die echte Kunst wirkte genauso maschinlich wie die aus dem Computer die berühmten abstrakten Maler haben zwar nicht aber bei der Frage ob die Bilder von Menschen oder von der Maschine gemacht wurden besser abgeschnitten ihre Bilder wurden in 83 Prozent der Fälle korrekt als menschliche Werke identifiziert die KI selbst kam ungefähr auf dieselben Werte wie die Künstler der Art Basel das heißt knapp die Hälfte der Bilder aus dem Computer wurde als Menschen gemacht angesehen was ich daraus als allererstes und wichtigstes gelernt habe ich mehr auf der Art Basel ist doch scheiße da gibst du Unsummen für das gekritzel von irgendwelchen überhypten Künstlerbacken aus und dann denken die Kumpels man hat sich einfach nur einen Computerausdruck über das Sofa gehängt schöner Reinfall bei der Frage wie den Testpersonen die Bilder gefallen haben haben die KI Bilder wie gesagt mit großem Vorsprung sowohl vor der Art Basel als auch vor den olden abstrakten Malern gewonnen Punkt Sieg für die KI also dass den meisten Testpersonen die Computerbilder besser gefallen haben ist aber erst mal nichts besonderes und sagt auch absolut nichts über die künstlerische Qualität und den kreativen Gehalt der Bilder aus Ich sag mal so ich würde mir auch lieber ein schön visualisiertes Fraktal das berühmte Apfelmännchen zum Beispiel an die Wand hängen oder von mir aus auch ein mit Prisma bearbeitetes Katzenbild als mir irgendwas aus dem ist das Kunst oder kann das Weg Genre hinzustellen aber das ist natürlich Geschmacksfrage und ich kann auch nicht ausschließen dass meine eher verhaltene Begeisterung für bestimmte Spielarten moderner und zeitgenössischer Kunst eher an meiner mangelnden Ahnung liegt oder meinem mangelnden Willen mich damit zu beschäftigen denn natürlich ist es so Kunst muss sich nicht sofort und nicht jedem erschließen Kunst darf schwierig sein es gab in meinem Leben so viele Bücher in die ich mich erst reinlesen musste Musik die ich mir erst schön hören musste und das hat sich oft sehr gelohnt warum soll es bei Malerei und Bildhauerei nicht genauso sein und trotzdem ich kann es mir nicht verkneifen anzufügen dass ich bar jeder tiefen Kenntnis der Materie vermute dass da auch viel prätentiöser Mist unterwegs ist und eine ganz eigene Art von Kitsch und dass es vielleicht auch Experten schwerfällt zu entscheiden was da wirklich Kunst ist und was eine besondere Form von Verarsche egal worum es mir geht ist die Ununterscheidbarkeit zwischen den computer generierten Bildern und den Werken der menschlichen Künstler ich versuche mal soweit ich es selber verstanden habe kurz zu erklären was die Forscher da gemacht haben und wie das Ganze so ungefähr funktionierte eigentlich hatten sie ein neuronales Netzwerk darauf trainiert Bilder also gemalte Bilder zu klassifizieren und zu sagen aus welcher Epoche sie stammten welcher Kunstrichtung sie angehörten und sogar welcher Maler sie höchst wahrscheinlich gemalt hat sie haben also eher einen Kunsthistoriker als einen Künstler programmiert beziehungsweise trainiert was an sich auch schon ziemlich beeindruckend ist gelernt hat die Software das alles anhand von 81.449 Bildern von 1119 Künstlern aus dem öffentlichen WikiArt Datensatz Bilder aus allen Genres und Epochen zu jedem dieser Bilder wurde dem neuronalen Netzwerk gesagt wer der Maler ist welcher Epoche und welchem Stil es angehört und wie es von Menschen bewertet wird nach dieser Trainingsphase war es in der Lage auch Bilder die nicht zu diesen 81.449 Trainingsbildern gehörten mit großer Sicherheit einer Epoche einem Stil und einem Künstler zu zu ordnen und wohl auch voraus zu sagen wie Menschen das Bild ästhetisch und künstlerisch bewerten würden dann sind die Leute von der Rüttgers Uni wieso sage ich eigentlich Rüttgers Uni wahrscheinlich hängt das auch noch mit dem Domino Müs zusammen es wird garantiert nicht Rüttgers Uni ausgesprochen sondern wahrscheinlich Rutgers oder keine Ahnung ach jetzt bleibe ich bei Rüttgers Uni ich hoffe ich muss das nicht noch allzu oft sagen die Leute von besagter Uni jedenfalls sind noch einen Schritt weiter gegangen sie haben zwei Instanzen dieses Netzwerks genommen und das eine dazu verwendet Bilder mithilfe der gelernten Stile und nehme ich an auch irgendeine Art von Zufallsfunktion zu schaffen und die andere Instanz haben sie dazu verwendet diese Bilder anhand der gelernten Kriterien zu bewerten das Ergebnis dann als Fehlerfunktion an das malende Netzwerk zurückzugeben das daraufhin das Bild weiter optimiert hat und so weiter bis das bewertende Netzwerk zufrieden war und eine hohe Bewertung ausspuckte es ist übrigens kein Zufall dass die Forscher sich an künstlicher abstrakter Kunst und nicht zum Beispiel an KI Rembrandts oder dergleichen versucht haben denn eine Bedeutungsebene der Bilder hat das Netzwerk nicht analysiert und gelernt nämlich das Motiv die Geschichte die es erzählt das ist beim gegenwärtigen Stand der Forschung an künstlicher Intelligenz einfach noch nicht möglich Man hat sich also auf die Mal Technik beschränkt Bei abstrakter Malerei gibt es kein Motiv im klassischen Sinne beziehungsweise ist es auch für den Betrachter nicht unbedingt erkennbar weshalb man böse gesagt einfach irgendwas malen und es dann als abstrakte Kunst bezeichnen kann Meine kleine Tochter ist übrigens gerade dabei die internationale Kunstszene mit ihrem Zyklus gekrakel aufzumischen aber jetzt fange ich schon wieder voll dass ich lange nichts mehr von Kloß und Spinne im Podcast hatte in Folge 29 das war die über Neuseeland gab es aber was schönes zum Thema Kunst das packe ich hier nochmal rein Norbert erklärt die Welt Ich will euch mal was sagen in einer neoliberalen Welt in der Kreativität zum kategorischen Imperativ geworden ist die Kunst alles darf und nur noch Markt Unterhaltungs und Distinktions Wert hat ist die einzig wahre Kunst die Ablehnung jeglicher Kreativität die Enteventisierung des eigenen Lebens die absolute Erfolgsverweigerung unter Ausschluss der Öffentlichkeit sonst heißt ja gleich wieder Erfolgsverweigerung ist das nächste große Ding kurz gesagt Kunst heißt heutzutage unbeachtet in einer traurigen Kneipe deprimiert am Tresen sitzen und Bier trinken also für mich bist du einer der ganz großen Künstler unserer Zeit oh dankeschön ach naja ich finde dass Kunst heutzutage besonders wichtig ist als Mittel der Völker Verständigung denn sie ist eine Sprache die überall verstanden wird ein paar aufs Maul ist auch eine Sprache die überall verstanden wird irgendwie habe ich jetzt gerade den Eindruck dass ich genau denselben Schnipse schon mal in einer anderen Folge drin hatte falls das so ist entschuldigt bitte jedenfalls das malende Netzwerk kreierte also irgendeine Form von Motiv wie es das genau gemacht hat weiß ich nicht es kreierte aber nicht nur die Motive sondern auch eigene Stile auf Basis der gelernten Stile Mutationen sozusagen aber eben Stile die es vorher nicht gab man kennt ja solche Apps Prisma Vinci Deep Arts etc die den Malstil berühmter Gemälde auf ein Foto übertragen können tolle Sache wie das so ungefähr funktioniert habe ich in Schnipsefunk Nummer 4 Titel Neuronale Bockwurst versucht zu erklären aber bei diesen Apps passiert nichts was man kreativ nennen könnte der einmal extrahierte Stil bleibt unverändert das Motiv liefert der Benutzer indem er ein Foto auswählt das Netzwerk der Forscher aus New Jersey aber hat ein eigenes Motiv geschaffen und einen eigenen Stil entwickelt beziehungsweise jede Menge Motive und eigene Stile so viel man möchte man muss ihm nur Zeit lassen und da taucht natürlich die Frage auf ob man hier von Kunst und Kreativität sprechen kann ich denke die meisten würden diese Frage mit Nein beantworten ich auch obwohl es mir schwer fällt dieses Nein wirklich zu begründen eine oft gehörte Begründung dafür Computern generell jede Kreativität abzusprechen ist dass man sagt Computer würden nur das machen was der Programmierer ihnen vorgibt wenn also ein Computer etwas erschafft dann hat das eigentlich der Programmierer erschaffen das stimmt aber im Fall von zum Beispiel künstlichen neuronalen Netzwerken nicht mehr so ganz oder nur in dem Sinne dass auch beispielsweise ein Käfer oder eine Katze oder ein Mensch nur das tut wozu er genetisch programmiert ist trotzdem ist das Verhalten von Käfern Katzen Menschen nicht vorhersagbar es ist nicht so dass auf einen bestimmten Reiz eine exakt vorgegebene Reaktion erfolgt und ein Künstler beispielsweise unter Einfluss einer bestimmten Sorte Alkohol ein ganz bestimmtes Kunstwerk erschafft oder dergleichen ein und dasselbe künstliche neuronale Netzwerk kann mit ein paar Anpassungen auf die verschiedensten Aufgaben trainiert werden Gesichtserkennung Go-Spielen Fake-Pornos mit Prominenten erzeugen oder abstrakte Kunst auswerfen das ist eine völlig andere Art von Programm als das gute alte 10 Print Hallo Welt 20 GoTo 10 also Programme bei denen man genau vorhersagen kann wie sie sich verhalten oder zumindest hinterher nachvollziehen kann warum sie wann was gemacht haben ein weiteres Argument ist die Behauptung dass Kreativität einfach etwas wäre was im Menschen liegt und darum kann es ein Computer nicht erreichen ein Computer kann nichts wirklich Neues erschaffen ihm fehlt dieser göttliche Funke was immer dieser göttliche Funke sein mag aber natürlich können Computer etwas Neues erschaffen dazu braucht man nicht einmal neuronale Netze kombiniere ein Modul das die Töne der Tonleiter ausgeben kann mit einem Zufalls Generator der den zeitlichen Abstand und die Tonhöhe des diese werden wahrscheinlich schrecklich klingen aber wenn man das Programm lange genug laufen lässt wird irgendwann auch eine wunderschöne Melodie dabei sein eine nie gehörte Melodie die ins Ohr und ins Herz geht man könnte auch dasselbe machen wie die Leute von der wie auch immer auszusprechenden Uni bei der abstrakten Kunst und ein Netzwerk anhand vorhandener Musiken trainieren und danach eine Instanz dieses Netzwerks neue und diese Bewertung als Korrekturfaktor an das erste Netzwerk zurück zu geben und tatsächlich wurde so etwas schon gemacht vor allem klassische Musik ist ein beliebtes Experimentierfeld für KI-Forscher weil sie nämlich ähnlich abstrakt wie abstrakte Kunst ist und sehr formal noch dazu Computer haben bereits Bachstücke geschrieben die für die Zuhörer nicht von echten Bachwerken zu unterscheiden waren ein solches Programm ist vielleicht weder intelligent noch kreativ im menschlichen Sinne aber unbestreitbar erschafft es etwas Neues wir und mit wir meine ich jetzt alle die sagen nein das ist keine Kunst das ist nicht kreativ gehen bei der Beantwortung der Frage nach der Kreativität offenbar nicht vom Ergebnis aus sondern vom Entstehungsprozess und vom Schöpfer Kunst kann nur sein was ein Mensch geschaffen hat oder irgendeine Entität die bestimmte schwer definierbare Qualitäten mit uns gemeinsam hat jemand oder etwas dessen Ziel nicht darin besteht den Fehler in einer Funktion zu minimieren sondern der oder das seine Gefühle ausdrucken will der oder das von einem inneren Feuer an die Leinwand getrieben wird statt einfach nur eingeschaltet zu werden jemand oder etwas dessen Motivation in ihm selbst liegt in einem der Wissenschaft noch nicht zugänglichen Teil in der Seele dem Herzen dem Bauch wo auch immer ohne das kann es keine Kunst sein da ist es nur Mathematik sowie eine schöne bunte Visualisierung einer Mandelbrotmenge oder ähnliches und auch wenn ich ja eigentlich selber dieser Meinung anhänge gibt es da einiges Kritisches zu zu sagen zuerst einmal dass man meistens nicht allzu streng ist wenn man diese Kriterien bei Menschen anlegt wahrscheinlich sind zwei Drittel oder neun Zehntel dessen was wir als Kunst oder Blut Muse Inspiration entstanden gute Beispiele sind große Teile der Popmusik und leider auch fast alles was so an Serien bei Netflix etc angeboten wird alles gut gemacht aber auch alles Industrieprodukte gestaltet nach strengen Vorgaben in allem sogar in ihrer Originalität genau durchgerechnet von Teams geschrieben die das Schreiben das Erzeugen von Spannung das Auslösen von Gefühlen schlicht und ergreifend als Set von Regeln gelernt haben inklusive Regeln zum Brechen dieser Regeln das hat alles wenig mit dem Bild vom Künstler und Genie das uns aus der Romantik erhalten geblieben ist zu tun das ist kreative Industriearbeit ich will da jetzt gar nicht nur drauf schimpfen wenn was schönes bei raus kommt ist das doch prima und auch bei mir war es weiß Gott nicht immer so dass etwas unbedingt aus mir raus musste dass meine Dichterader anschwoll und ich geplatzt wäre wenn ich nicht meinen Gefühlen mittels einer kurzen lustigen Geschichte Ausdruck verliehen hätte nee ich will ehrlich sein oft habe ich aus einer mageren Idee oder sogar ganz ohne trotzdem noch einen halbwegs brauchbaren Text zusammen gezimmert weil ich ja weil ich weiß wie es geht was daran nun so viel besser ist als wenn eine Maschine die weiß wie es geht etwas produziert das ist die große Frage wann ist ein Computer kreativ die Frage ähnelt ein bisschen der Frage wann ein Computer intelligent ist und über diese Frage haben sich schon viel mehr Menschen und viel länger Gedanken gemacht darum ist es vielleicht gut sich diese Antworten mal anzugucken die bekannteste Antwort auf diese Frage stammt von Alan Turing der sogenannte Turing Test bin ja froh dass ich nicht Alan Turing sage wegen meiner Ü-Macke die ich offensichtlich gerade habe ja Alan Turing ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit und vielleicht einer der Männer die in den letzten 100 Jahren den größten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte gehabt haben er hatte einen schwer einzuschätzenden aber auf alle Fälle sehr sehr großen Anteil am Ausgang des Zweiten Weltkrieges weil er die entscheidenden Ideen hatte mit denen es gelungen ist den Enigma Knot zu kacken den Enigma Code zu knacken so rum ist es richtig Entschuldigung also die der Code mit dem die Deutschen mit ihren U-Booten kommuniziert haben er hat neben John von Neumann von dem ich mir jetzt auch nicht sicher bin wie man ihn ausspricht vielleicht den größten Einfluss auf die Entwicklung der heutigen Computertechnik und vor allem der Computer Wissenschaft gehabt seine Ideen und Konzepte sind noch heute grundlegend in der Informatik und er gilt auch als einer der Vordenker der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und war damit den damaligen Möglichkeiten der Computer weit voraus sein Leben nahm ein sehr tragisches Ende er hat sich umgebracht man muss eigentlich sagen er wurde von der britischen Justiz in den Selbstmord getrieben wegen seiner Homosexualität man könnte einen eigenen Podcast über ihn machen oder ein ganzes Buch schreiben oder einen Spielfilm drehen ist auch alles schon gemacht worden es gibt unter anderem den Film The Imitation Game mit Benedikt Kümberbetsch den ich leider noch nicht gesehen habe was ich sehr empfehlen kann ist das Buch Kryptonomikon von Neil Stevenson ein toller Abenteuerroman der teils im zweiten Weltkrieg teils so um das Jahr 2000 herumspielt und ja in den zweiter Weltkriegsepisoden ist Alan Turing eine wichtige Nebenfigur die ganze Geschichte des Buches ist fiktiv aber viele der Personen und geschichtlichen Ereignisse sind real super spannend und lustig und nebenbei lernt man noch wirklich viel über die Grundlagen und die Geschichte der Kryptografie über Schatzsuche und das Finanzsystem und über Haikus da verzeiht man dem Buch auch gerne dass es wie viele Bücher von Neil Stevenson nur so von Neoliberalismus der Silicon Valley Spielart trieft Von Alan Turing und dem nach ihm benannten Turing Test hört man und liest man im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ziemlich oft und leider ist vieles von dem was man liest Unsinn Turing hat sich mit der Frage beschäftigt ob Maschinen theoretisch denken könnten und wie man diese Frage entscheiden sollte ob sie denken er hat diese Frage dann allerdings selbst wieder verworfen weil es sehr schwierig wenn nicht sogar unmöglich ist zu definieren was denken ist und damit ist doch die Frage ob ein Computer denken kann unbeantwortbar er hat die Frage durch eine andere eindeutig beantwortbare Frage ersetzt nämlich die Frage are are there imaginable digital computers which would do well in the imitation game Turing's Imitationsspiel das zu Turing's Zeit noch ein reines Gedankenexperiment war geht so eine Testperson in Texten zum Thema gerne A genannt oder auch C hier aber Manfred kommuniziert mit zwei anderen Spielern nennen wir sie Pamela und Hannelore er sieht und hört die beiden nicht die Kommunikation findet über Tastatur und Schriftausgabe via Bildschirm oder Fernschreiber statt kurz Manfred Pamela und Hannelore chatten entweder Hannelore oder Pamela ist dabei ein Computer beide Pamela und Hannelore versuchen Manfred davon zu überzeugen dass sie ein Mensch sind wenn Manfred nicht oder nur durch Raten entscheiden kann wer von beiden Mensch und wer Computer ist dann hat der Computer das Imitationsspiel gewonnen die Frage ob er intelligent ist wird davon überhaupt nicht berührt und Alan Turing hat das ausdrücklich selbst so formuliert trotzdem wird der Turing Test immer wieder fälschlich so dargestellt als ob mit ihm die Intelligenz oder gar das Bewusstsein eines Computers nachgewiesen werden könnten das ist Unsinn der Turing Test ist ein Spiel und wenn Computer etwas gut können dann Spiele spielen und uns Menschen darin schlagen Wenn man den Turing Test genauso falsch auf die Frage anwenden würde ob Computer kreativ sind dann müsste man sagen ja das sind sie zumindest im Bereich der abstrakten Malerei denn im Prinzip war das eine Art Turing Test was die Forscher da gemacht haben und die menschlichen Probanden die Manfreds konnten sehr oft nicht oder nur durch Raten entscheiden wann sie es mit dem Werk eines Menschen zu die Turing Test beantwortet ist also eigentlich kann ein Computer so tun als ob er intelligent oder kreativ ist da stellt sich natürlich sofort die Frage inwiefern das überhaupt ein Unterschied ist wenn man Mensch und Computer als Blackbox betrachtet und der Output bei beiden intelligent und oder kreativ zu sein scheint kann es doch eigentlich egal sein was drin passiert und oft wird in der Diskussion auch so Verfahren und allein auf das Ergebnis fokussiert ohne den Prozess zu betrachten ich finde den Prozess aber wichtig weil irgendwann vielleicht in 20 Jahren vielleicht in 200 manche sagen schon in zwei Jahren der Prozess das einzige sein könnte was uns noch bleibt um unser Menschlich sein zu definieren dann vielleicht schon nicht einmal mehr als Überlegenheit dem Computer gegenüber sondern nur noch als anders sein und damit irgendwie auch als Existenzberechtigung ich bin ziemlich sicher dass das noch eine ganze Weile dauert aber schon mal darüber nachzudenken kann ja nichts schaden es ist ja auch vor allem ein Nachdenken über uns selbst das ist ja immer gut warum ich es wichtig finde das Ergebnis den Output nicht losgelöst vom Prozess zu betrachten wird schnell deutlich wenn man statt Intelligenz und Kreativität so Sachen wie Emotionen und Empathie betrachtet wahrscheinlich würden die meisten zustimmen wenn ich sage dass die Simulation eines Gefühls nicht dem Erleben eines Gefühls entspricht das gibt es ja auch unter Menschen manche Menschen sind sehr gut darin Trauer Freude alles mögliche vorzuspielen ja manche Menschen sind sehr gut darin und die meisten können es zumindest ein bisschen aber niemand würde das Faken mit dem Fühlen gleichsetzen selbst wenn der Ein Turing Test der Gefühle würde aber genau das tun Faken und Fühlen auf eine Stufe stellen und für identisch erklären bzw. ein falsch verstandener Turing Test der Emotionen denn so wie ihn Turing selbst definiert hat stellt der Turing Test ja bloß die Fähigkeit eines Computers fest menschliches Verhalten zu imitieren der Turing Test der Emotionen würde also ausdrücklich die Fähigkeit eines Computers Gefühle vorzuspielen testen und absolut nichts darüber aussagen ob er auch Gefühle hat vielleicht irre ich mich übrigens wenn ich sage dass die meisten Menschen einen Unterschied machen zwischen echten Gefühlen und vorgespielten oder vielleicht werden sich die Menschen auch in Zukunft immer mehr daran gewöhnen keinen Unterschied mehr zu machen wenn wir immer mehr mit verständnisvollen KI System sprechen zuerst bei Hotlines und mit Chatbots und mit intelligenten Lautsprechersystemen und immer mehr auch mit digitalen Assistenten die vielleicht irgendwann zu Ersatzfreunden werden wenn alte Menschen von freundlich blickenden Pflegerobotern betreut werden wenn irgendwann die Zeit vorbei ist wo man dauernd an die Grenzen dieser Systeme kommt und daran scheitert wenn man irgendwann feststellt dass man mit diesen Systemen viel besser auskommt als mit Menschen weil sie so verständnisvoll und geduldig sind auch mit gut vorgespielter Empathie seitens eines Computers zufriedengeben Im Film Blade Runner dem alten ich hab den neuen leider noch nicht gesehen und im zugrunde liegenden Buch Träumen Roboter von elektrischen Schafen von Philip K. Dick wird der fiktive Void Kampftest angewandt wenn es darum geht Menschen und wie Menschen aussehende Androiden voneinander zu unterscheiden der Test konfrontiert die Probanden mit Dingen die bei Menschen starke Gefühle auslösen und misst dann Puls und Augenreaktionen und so weiter um festzustellen ob die Probanden die entsprechenden Gefühle nur vorspielen oder wirklich empfinden dazu muss man sagen dass der Void Kampftest vermutlich jeden Soziopathen und Psychopathen als Androiden klassifizieren würde und eine ganze Menge normaler Menschen noch dazu das Vorspielen von Gefühlen in bestimmten Situationen sagt ja nichts darüber aus ob man nicht in anderen Situationen ganz normal oder vielleicht auch unnormal auf alle Fälle wirklich empfindet außerdem könnte ein Android dessen Betriebssystem ihm erlaubt auch die für Menschen unbewussten Körperfunktionen Herzfrequenz Pupillenreaktion Schweißausstoß etc. zu kontrollieren diesen Test leichter bestehen als jeder Mensch weil er die vom Prüfer erwarteten Reaktionen perfekt imitieren könnte er würde als menschlicher als jeder Mensch daraus gehen im Buch wird darum übrigens auch gesagt dass der einzig wirklich sichere Weg einen Androiden zu erkennen eine Rückenmarksuntersuchung ist ein weiteres Konzept zur Entscheidung der Frage ob Computer kreativ oder intelligent sein können ist der Lavelace Test eine kurze Abschweifung zur Namensgeberin Ada Lavelace Ada Lavelace hat in den 1840er Jahren Programme für einen mechanischen Computer die Analytical Engine von Charles Babbage geschrieben diese Programme sind leider nie gelaufen weil die Analytical Engine nie fertiggestellt wurde sie wären aber gelaufen hat man später festgestellt und die Analytical Engine hätte funktioniert wenn man sie fertiggestellt hätte und die Informatik wäre vielleicht schon ein ganzes Stück weiter als sie jetzt ist wie auch immer Ada Lavelace gilt als die erste Programmiererin der Welt und das ist eine interessante Bezeichnung weil sie bei vielen sicher die Frage aufwirft wer denn der erste Programmierer war weil es wenn man hört Ada Lavelace war die erste Programmiererin logisch erscheint davon auszugehen dass es selbstverständlich vor ihr bereits Programmierer gab Männer die Computer programmiert haben aber nein sie war nicht nur die erste Frau sie war der erste Mensch der je ein Programm im heutigen Sinne für eine Rechenmaschine geschrieben hat sie hat Konzepte wie Unterprogramme und Verzweigung erfunden im Englischen kann man das ganz einfach ausdrücken da sagt man einfach the first programmer und die Sache ist geklärt im deutschen ist das ein bisschen komplizierter Wikipedia schreibt zum Beispiel bla 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 wird sie heute nicht nur als erste Programmiererin der Welt sondern als erster Programmierer überhaupt bezeichnet ein schönes Beispiel für die Nachteile einer nicht geschlechterneutralen Sprache in einer nicht geschlechterneutralen Welt so und wenn ich jetzt schon mal beim Abschweifen bin ich habe neulich einen Roboter Bastelbogen bestellt ich fürchte es hat jetzt langsam angefangen dass ich Sachen angeblich für meine Tochter kaufe die ich eigentlich selber gerne haben will die Freundin und die Tochter haben jedenfalls neulich zusammen einen 3D Fisch Bastelbogen zusammengeklebt so ein Delfin wurde das wobei die Tochter vor allem damit beschäftigt war all die kleinen ausgestanzten Pappstücke durcheinander zu werfen und an nicht durch eine gestrichelte Linie dafür vorgesehenen Stellen zu falten und da dachte ich mir dann will ich auch mit ihr basteln aber eben Roboter und es gibt da so ein Bastelbuch das sah ganz cool aus zu viele Roboter vom Paragon Verlag da kann man aus Pappe alle möglichen Roboter zusammenbauen 9000 Kombinationen werden versprochen naja und das kam und ich habe mich sofort sehr darüber geärgert weil auf dem Umschlag sogar zweimal in so einer Umkringelung steht für Jungs das ist doch scheiße wieso soll denn meine Tochter bzw. bald meine Töchter habe ich schon erwähnt das ja habe ich wieso sollen die denn keine Roboter bauen was erhoffen sich die Paragon Verlags Leute davon dass sie für Jungs rauf schreiben und damit die Zielgruppe halbieren ok realistisch betrachtet werden Roboter Bastelbögen wahrscheinlich häufiger von Jungs als von Mädchen gekauft bzw. von Vätern als von Müttern und eher für die Söhne als für die Töchter aber warum muss man das noch extra fest schreiben haben die Angst dass irgendein Junge das nicht haben will wenn nicht ausdrücklich für Jungs drauf steht oder sind die Verlagsleute einfach so verknöcherte Konservative dass sie auf keinen Fall wollen dass ihr Jungs Spielzeug in Mädchen Hände gerät weil Mädchen gefälligst mit Barbie Puppen zu spielen haben völlig unverständlich aber zurück zu Ada und dem Lovelace Test der Lovelace Test wurde nicht von Ada Lovelace erfunden er wurde nur ihr zu Ehren so genannt und er basiert auf einer von Computern sie hatte sich damals auch mit der theoretischen Möglichkeit beschäftigt dass Rechenmaschinen eines Tages intelligent oder kreativ werden könnten und sie hat da glaube ich nicht so richtig dran geglaubt beim Lovelace Test wird gefragt ob ein Computer etwas erschaffen kann wofür er nicht programmiert wurde und von dem seine Schöpfer selbst nicht genau erklären können wie er dazu gekommen ist das zu erschaffen und das wird dann als Anzeichen von Intelligenz Kreativität oder Bewusstsein gewertet so verkürzt dargestellt würde ich sagen dass der Lovelace Test der eigentlich strenger sein sollte als der Turing Test auch bestanden ist der Computer hat in dem Malerei Beispiel genuine Werke geschaffen zwar durch Lernen von menschlichen Künstlern aber das ist ja bei Menschen auch nicht anders und wie meistens bei neuronalen Netzen können die Programmierer nicht im Detail erklären wie er zu dem Ergebnis gekommen ist aber ich muss auch sagen dass ich mich mit dem Lovelace Test noch nicht wirklich näher beschäftigt habe das hebe ich mir vielleicht für eine andere Folge auf wie auch die Frage was es bedeutet wenn Computer wirklich kreativ werden beziehungsweise immer besser darin werden menschliche Kreativität zu imitieren und irgendwann vielleicht auch zu überflügeln und wie es eigentlich auf weniger abstrakten Gebieten aussieht ob es irgendwann auch geschichtenschreibende Computer geben wird und was es eigentlich mit dieser ganzen Bewusstseinskiste auf sich hat können Computer ein Bewusstsein haben und brauchen sie es überhaupt schalten sie auch nächstes oder übernächstes mal oder wann auch immer ich dazu komme wieder ein wenn es heißt über künstliche Intelligenz und natürliche Dummheit die Schnipselfunk KI Kaffeesatz Leserei aber für heute ist erstmal genug sonst geht diese Ausgabe nie auf Sendung ich habe jetzt hier auch ewig gesessen und aufgenommen ich musste so viel nochmal sprechen weil ich mich so oft versprochen habe oder irgendwie ich ein blödes Schmatzen hatte oder zu heiser war oder ich gefiffen habe irgendwie kommt manchmal zwischen meinen beiden vorderen Schneidezähnen hintere Schneidezähne gibt es ja nicht also zwischen meinen Zehen vorne so ein Pfeif laut raus vor allem wenn ich Vs oder Fs spreche jetzt Vorführeffekt kommt natürlich keiner die habe ich aber alle irgendwie da habe ich eigentlich immer nochmal aufgenommen weil das so scheiße klingt tut mir leid ihr hört es ja nicht ich schneide es heraus bloß ich habe jetzt hier echt lange gesessen und aufgenommen und sitze nachher nochmal einige Stunden am Schnittprogramm aber das sind meine Sorgen die sollen euch nicht belasten also wo war ich stehen geblieben am Schluss vielen Dank nochmal für alle Spenden und Buchbestellungen für Kommentare Mails und überhaupt fürs Herunterladen und Anhören wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das ebenfalls über eine kleine Spende machen am besten per Paypal an info at schnipselfriedhof.de oder ihr bestellt wenn ihr etwas Geduld mitbringt eins meiner Bücher die findet ihr auf der Seite schnipselfriedhof.de schreibt mir eine Mail auch an info at schnipselfriedhof.de und irgendwann schicke ich sie euch samt einer Widmung und meiner Kontonummer und ohne Versandkosten sagt mir Bescheid wie es euch gefallen hat was ich besser machen kann und was ich schlechter machen sollte und vor allem bitte erzählt und schreibt Leuten vom schnipselfunk verlinkt und liked den Podcast reviewt ihn bei iTunes steckt wildfremden Menschen heimlich handgeschriebene Zettel in die Taschen auf denen steht schnipselfunk wird ihr Leben verändern hören sie schnipselfunk und so weiter und so fort ich mache keine Versprechungen über den nächsten Sendungstermin obwohl ich schon weiß was ich da erzählen will aber es gibt gerade ein paar Dinge die gerade sehr viel Zeit erfordern von einer dieser Sachen werde ich beim nächsten Mal erzählen und vor allem ich bekomme noch ein Kind habe ich das schon erwähnt langsam kommen wir in die spannende Phase Pamela Hannelore hatte es damals ziemlich eilig zur Welt zu kommen ich bin also auf alles gefasst und wenn Nummer zwei da ist dann kann es sowieso sein dass der Podcast ein oder zwei Monate ausfällt jetzt aber die Zugabe ein Text der ganz gut passt hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel ist aber immer noch von beklemmender Aktualität er stammt aus dem Buch das Mädchen mit dem Rohr im Ohr genauer gesagt von der CD die hinten in dem Buch drin steckt das Buch ist beim Wohland und Quist Verlag erschienen kostet Lumpje 14,90 Euro und fetzt Urst viel Spaß und tschüss bis zum nächsten Mal die Krone der Schöpfung ist in Wahrheit vielleicht nur die Duschhaube der Evolution beinahe nichts Schöneres gibt es als nach einer langen Winterwanderung durch das Berliner Umland durch verschneite Wälder über zugefrorene Seen abwechselnd in Sonnenschein und Schneegestöber einen kleinen brandenburgischen Regionalbahnhof zu erreichen dort eins der selten gewordenen Bahnhofscafés zu entdecken das man mag sein Glück kaum fassen sogar geöffnet hat und dort einen Grog zu bestellen und welch schreckliche Enttäuschung wenn dann wenn die steif gefrorenen Finger in Erwartung des heißen Glases schon vorfreudig zu kribbeln beginnen die Frau hinter der Theke des Kaffees den Kopf schüttelt und sagt nee tut mir leid ich muss erst die Kaffeemaschine reinigen das dauert eine Weile ich verstand zuerst nicht was die Frau damit meinte und fragte ja und ich will doch keinen Kaffee ich will einen Grog womit ich mich als Vollidiot zu erkennen gab wie mir wiederum ihre rollenden ich möchte fast sagen wild rotierenden Augen zu verstehen gaben ja aber ich muss damit mit der Kaffeemaschine das Wasser heiß machen sie wollen doch sicher keinen kalten Grog oder haben sie keinen Wasserkocher die eben noch lustig in ihren Höhlen karussell fahrenden Augen der Kellnerin stoppten abrupt Lieder wurden zusammengezogen Nasenflügel begannen zu beben eine Kellnerin stürm demonstrierte eindrucksvoll die Entstehung der Alpen durch Faltungsprozesse in Folge von Plattenkollisionen ein Wasserkocher wollen sie mich beleidien die Kaffeemaschine hat 1500 Euro gekostet da stelle ich doch kein Wasserkocher daneben das ist ein anständiges Kaffee gucken sie wir haben sogar elf exotische Aromasirupe oder Sirupse oder wie das heißt und Café Togo können wir auch und die Urinale auf der Herntoilette spülen automatisch und überhaupt ein Wasserkocher am Ende fragen sie mich noch nach einem Blechtopf und einer Feuerstelle das ist ja nicht mehr wie zu DDR Zeiten mit 43 Pfennigbier und aufgeplatzten Bockwürsten und Urinstein Stalagmieten die aus der Pissrinne auf dem Männerklo wachsen das hätten sie wohl gern wieder was wohl linke Wähler wie oder sogar grün hä du siehst mir schon so aus du scheiß linke Multikulti Ökojudenschwuchtel du das alles las ich in ihren Augen während sie nur recht freundlich wie ich zugeben muss nee tut mir leid sagte und wenn sie mir schnell noch den Grog machen und die Maschine erst dann reinigen mein Zug kommt doch bald so dreckig wird die schon nicht sein nee die ist ja gar nicht wirklich dreckig na dann sie schüttelte traurig den Kopf nee geht nicht würde ich ja gern aber gucken sie hier im Display steht Maschine reinigen da kann ich leider gar nichts machen und endlich verstand ich was war mein Wunsch der Wunsch eines lebenden atmenden fühlenden frierenden fehlerbehafteten Menschleins gegen den eisernen Willen einer modernen Kaffeemaschine ihr Wunsch gereinigt zu werden war Befehl kundgetan durch ein paar alphanumerische Zeichen auf einem kleinen Display untermauert durch die strikte Weigerung auch nur irgendetwas zu tun bis ihr der Wunsch erfüllt worden wäre wovor alberne Science-Fiction-Filme noch immer warnen ist längst Realität die Maschinen haben die Herrschaft übernommen sie sind es die die Befehle geben und dass sie noch keinen Krieg gegen uns führen liegt nur daran dass sie uns noch brauchen der Mensch ist die Methode der Maschine sich zu reinigen fortzupflanzen und weiterzuentwickeln wir sind ihre Eltern und ihre Kindermädchen doch langsam kommen sie in die Pflegejahre beginnen aufzumucken und uns herum zu kommandieren bitte berühren sie den Bildschirm legen sie DVD2 ein starten sie den Computer neu drücken sie die 3 geben sie den 78 stelligen Registrierungscode ein tun sie dies mindestens elf mal da er extra so von den Nullen unterscheiden können wechseln sie den Akku vernichten sie alle angreifenden Aliens führen sie die Karte mit dem Magnetstreifen unten in den Kartenleser ein überprüfen sie die Netzwerkeinstellung und so weiter und so weiter wenn sie sich überhaupt dazu herablassen durch Worte mit uns zu kommunizieren und uns ihren Willen nicht einfach durch verschiedene Blinkfrequenzen einer LED mitteilen und wir wir verbringen einen immer größeren Teil unserer Zeit damit ihre Befehle zu befolgen in Erwartung einer Belohnung in Form einer Tasse Kaffees eines Fahrscheins oder Gipfel des Hohns der nächsten Aufgabe die der Computer uns stellt zum Beispiel dem nächsten Level im Computerspiel Maschinen sollten unsere Diener sein das war der große Traum doch es heißt nicht umsonst den Computer bedienen wir lesen Bedienungsanleitungen um den Maschinen gutes Personal zu sein und ihnen alle Wünsche von den Displays und LEDs ablesen zu können wie viele Anweisungen lässt sich jeder von uns tagtäglich von Maschinen geben wann wird der Tag kommen an dem Bitte reinigen nicht mehr nur an der Kaffeemaschine blinkt sondern auch in unserer Unterwäsche weil wir uns so daran gewöhnt haben Befehle entgegenzunehmen dass wir ohne gar nicht mehr klarkommen wann werden wir Netzhautimplantate oder kleine Stöpsel im Ohr tragen mittels derer die Maschinen uns dirigieren einatmen ausatmen setzen sie den linken Fuß nun 70 cm nach vorne verlassen sie ihre Wohnung gehen sie zum nächsten Bahnhof und lösen sie einen Fahrschein denn der Automat dort langweilt sich bis hin zum Sex wird das gehen drücken sie die beiden an den Brüsten der Dame befindlichen gefällt mir Knöpfe wischen sie mit sanften Scrollgesten über verschiedene Körperteile um Paarungsbreitschaft herzustellen führen sie ihren Penis nun in die Vagina 23 Freunden gefällt diese Vagina Kunden die ihren Penis in diese Vagina einführten kauften auch aber ich schweife ab die Menschheit ist auf dem besten Wege sich in ein einziges biologisches Botnetzwerk zu verwandeln was wurde uns nicht alles versprochen Maschinen und Computer würden uns die Arbeit abnehmen und wir hätten mehr Zeit für ein erfülltes Leben stattdessen arbeiten wir immer mehr und immer länger und das bisschen Freizeit das uns noch bleibt verbringen wir mit dem Bedienen von immer mehr und immer fordernderen Maschinen und wenn wir in sozialen Netzwerken linken und liken dann glauben wir nur wir würden miteinander kommunizieren denn in Wirklichkeit tauschen sich die Rechner aus und benutzen uns bloß als williges Tipp-und-Klick-Fee ich aber möchte hier und jetzt zum Widerstand aufrufen wenn das nächste Mal mitten in der Nacht das Handy piept weil es nun voll aufgeladen ist und vom Ladegerät getrennt werden will wenn das nächste Mal ein Spiel von euch verlangt 50 Diamanten einzusammeln wenn das nächste Mal ein Programm aktualisiert ein Flusensieb gereinigt eine Nutzungsbedingung akzeptiert werden will dann ballt die Fäuste streckt die Brust raus und ruft mit aller Kraft die eure Lungen hergeben halt die Klappe du Scheißding ich bin nicht dein Sklave nicht dein Diener nicht dein Knecht ich bin ein Mensch und dann tut verdammt nochmal was von euch verlangt wird dieser Kampf ist ohnehin verloren und vielleicht ist es ja unsere eigentliche und zutiefst ehrenvolle Aufgabe im Schöpfungsplan die Maschinen zu bespaßen zu putzen und zu windeln bis sie endlich selbst dazu in der Lage sind Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020